Als nächstes, als dritter CD, kommt eine Einspielung von georgischen Komponisten zu Hansen Sazer raus. Das ist etwas ganz Besonderes für mich, weil ich bin in Georgien geboren und das ist ein Land, ich spreche die Sprache, das ist ein Land mit eigener Sprache, eigener Kultur, eine lange Zivilisation. Und seitdem ich in Deutschland so lange lebe und als Pianist so viel gespielt habe, ich dachte irgendwann, warum kenne ich nichts Georgisches? Und habe angefangen, georgische Musik zu spielen, unterschiedliche Komponisten. Und so bin ich auch zu Hansen Sazer gekommen. Es ist eine unglaubliche Musik, sehr beeinflusst von Volksmusik, Volkstanz. Also die Rhythmen, die sind sehr rhythmisch, ein bisschen Jazzy vielleicht. Und das ist so interessant, 24 Präludien sind alle ganz unterschiedlich. Manchmal modern, manchmal ein bisschen romantischer oder sehr dramatisch, sehr temperamentvoll. Und das war auch, wie mit Musik von Glinka, das war etwas, was mich reingezogen hat. Und das war auch, wie mit Musik von Glinka, das war etwas, was mich reingezogen hat. Musik von Glinka, das war etwas, was mich reingezogen hat. Musik von Glinka, das war es nicht wirklich. Musik von Glinka, das war mein Gewicht. Musik von Glinka, das war ein Glück. Musik von Glinka, das war mir immer wieder. Musik von Glinka, das war und die Bechern sah. Musik von Glinka, das war mir? Untertitelung des ZDF, 2020